So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen und wir haben wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Heute gibt es Schnitzel von Schnitzelfritz. Habt ihr noch nie gehört? Könnte ich mir doch wetten, habe ich auch noch nie gehört. Habe ich jetzt aber im Netto gesehen und da gab es drei verschiedene Varianten. Ich habe jetzt zweimal hier mitgenommen von Schnitzelfritz. Das ist nämlich einmal Schnitzelfritz, Hähnchenschnitzel mit Currysoße, kalt oder warm genießen. Also wirklich einfach nur ein Schnitzel auf Brötchen mit ein bisschen Soße. Oder Schnitzelfritz, Hähnchenschnitzel mit Ketchupsoße, auch kalt oder warm genießen. Es gab noch eine dritte Sorte, die weiß ich jetzt aber leider nicht mehr, aber die zwei haben mich am meisten angesprochen. Einfach Schnitzel mit Ketchup, Schnitzel mit Currysoße als was Außergewöhnliches. Ich habe auch die Vicious Vipersoße dabei, falls das nicht würzig genug ist und man noch ein bisschen Schärfe reinbringen möchte. Und ich möchte natürlich probieren, was der Unterschied ist zwischen warm und kalt. Eigentlich stelle ich mir das komisch vor, wenn da Ketchup drauf ist und du machst das warm in der Mikrowelle oder so, dass das totaler Rotz dann ist. Aber wir wollen das jetzt mal kalt probieren und wir wollen es warm probieren. Schnitzel von Schnitzelfritz. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich hier was machen soll, weil hier der Lichteinfall einfach komplett anders ist. Halten wir es einfach so hin und schauen uns das mal an. Erstmal machen wir hier das Hähnchenschnitzel mit Ketchupsoße auf, weil Ketchup ist ja wohl das Normalste auf der ganzen Welt. Wir werden das dann in der Mitte durchteilen und dann die Hälfte kalt essen, die Hälfte warm essen. Wir holen das jetzt hier raus, habe ich wie gesagt im Netto gefunden. Ihr seht schon, ihr habt hier ein so ein ganzes Baguettebrötchen. Das ist total weich, da ist aber ganz viel Ketchup drauf, wie man sieht. Und hier dieses kalte, labbrige Hähnchenschnitzel. Das schneiden wir gleich durch, holen aber erst noch das Curryschnitzel raus aus der anderen Packung. Die Packung geht auf jeden Fall wunderbar auf. Das gibt schon mal einen fetten Pluspunkt. Und dann habt ihr jetzt hier das mit Currysoße. Mach mal auf. Sieht genauso aus hier hinten. Komplett alles voll mit Soße. Appetitlich sieht es jetzt nicht aus. Es ist halt einfach alles matschig. Wir schneiden es jetzt mal durch. In der Mitte haben die Hälfte hier, haben die Hälfte da. Wir wollen jetzt mal reinbeißen in das kalte Ketchup-Schnitzel. Und ich muss sagen, schmeckt, hätte ich mir schlimmer vorgestellt, obwohl das auch kalt ist und direkt aus dem Kühlschrank kommt gerade. Das Schnitzel ist übelst zart. Das Brötchen ist halt weich und matschig mit dem Ketchup dazu. Schmeckt aber wie beim Grillen, wenn ihr ein Brötchen aushölt, Ketchup reinfüllt, reinbeißt. Vielleicht kennt das der ein oder andere aus der Kindheit. Also mundet mir sogar, muss man so sagen. Und das Schnitzel weiß ich nicht. Ich glaube, wenn das warm ist, schmeckt das nochmal tausendmal besser. Weil das Schnitzel ist echt gut. Wir probieren jetzt aber erst kurz das Curry-Schnitzel, also mit der Currysoße. Weißen hier mal rein. Also auch hier richtig interessant. Immer noch weiches Brötchen. Viel Soße drauf, aber die Soße schmeckt auch richtig gut. Und bei Curry musst du auch immer aufpassen. Manches ist richtig lecker, manches schmeckt total künstlich und chemisch. Das ist auf jeden Fall eine gute Currysoße vom Schnitzelfritz. Passt mir. Möchte ich jetzt trotzdem nochmal warm machen. Das Schnitzel auch das gleiche nochmal gewesen. Schön zart, schön lecker. Jetzt haue ich mir die zwei kurz mal in die Mikrowelle. Und dann probieren wir natürlich kurz warm und dann alles mit Vicious Viper. So, die Schnitzel sind jetzt heiß. Ich sage einfach mal heiß dazu. Wir beißen mal kurz so rein in das Ketchup-Schnitzel. Ihr seht, da ist noch nicht abgebissen. Das ist die andere Hälfte. Das Hähnchen breitet jetzt erst sein richtiges Aroma aus. Auch das Ketchup passt immer noch gut dazu. Ketchup aufwärmen, also kein Problem. Ist ja wie Pizza, Tomatensauce. Probieren wir das Ganze jetzt aber mal mit Curry. Macht die Currysoße auch einen guten Eindruck, wenn man sie warm macht. Auch hier übelst genial, übelst lecker. Ich hätte das nicht gedacht. Ich dachte, das wird wieder ein kompletter Reinfall. Schnitzel Fritz, Hähnchenschnitzel. Super genial, super lecker. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wenn ich das Ganze... Da würde mich eigentlich die dritte Sorte jetzt auch noch interessieren. Ich weiß auch gerade nicht, wie viel die gekostet haben. Ich glaube, zwei Euro oder so. Für so einen Schnitzel. Wir nehmen jetzt mal das Curry-Schnitzel, das kalte. Machen mal ein bisschen Vicious Viper hier drauf. Probieren wir das mal mit dieser scharfen Soße. Ketchup hinterher. Auch mit Vicious Viper. Das zieht auf jeden Fall ordentlich durch. Und jetzt noch mal mit den warmen. Aber jetzt... Einmal mit Ketchup, einmal mit Curry. Beides mit Vicious Viper. Ihr seht schon, wie viel man da drauf macht, weil die Schnitzel, die saugen auch richtig was auf. Die Augen drehen leicht. Der Mund brennt wie Feuer. Richtig brutal. Aber das ist so eine gute Schnitzel-Mahlzeit. Ich würde es auf jeden Fall noch mal kaufen. Ich würde es immer wieder probieren. Immer wieder essen. Ich empfehle euch aber, die trotzdem warm zu machen. Muss nicht lang sein. Nur kurz ein bisschen aufwärmen mal. Dann entfaltet das noch mal einen ganz anderen Geschmack. Dass es noch mal irgendwie weicher ist. Nicht so nach Kühlschrank belastet. Aber ich bin begeistert. Schnitzel Fritz von mir. Volle Punktzahl. Für diese super Hähnchen-Schnitzel. Außen netto. Das war's. Von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Peace out, Vorhaut.